Ähm, noch ein Stück der Playlist. Was ist denn das für eine Playlist? Okay, ich glaube die Seite passen, oder? Hm, mal schauen. Das für eine Playlist ist schon von der Copyright zum Glück. Ja Leute, chilliger Stream. Mit mir. Einfach chilligen Abend. Ach, Max und ich in letzter Zeit immer Nächte ein bisschen durchzaugen, chillig. Jetzt haben wir unsere Ruhe vor Toastboot und so. Müssen wir denn raus? Wenn er das sieht, die Leute. Ja. Ich hoffe, der Stream hält. Max, kannst du mal auf meinen Kanal klicken? Ich kann dir grad keinen Link schicken. Ich glaub, den zustürzt der Stream ab. Ja, ich lese jetzt nichts vor. Ihr könnt euch das natürlich durchlesen. Ich bin halt mitten in der Story drin. Ich war da einfach ein kleines Stream raushauen. Dass Max es gern ein bisschen sieht und so. Alter, da kam grad nicht so eine Stelle. Da wurde ich irgendwie von 50 Leuten angegriffen. Dann haben da Ladies in Bikini gecampt. Ja. Ich bin jetzt noch ziemlich am Anfang, sag ich mal, glaube ich. Und ja. Der Typ da mit den blauen Haaren, das ist sozusagen der Hauptcharakter. Ich hab denen auch ein anderes Outfit gegeben. Das ist Standard. Ähm. Eine Nachricht von... Kommentare. Ja, Like. Ah, danke, Max. Ich füg dich dann auf der Videobeschreibung hinzu. Kein Schmuck. Jetzt siehst du halt noch nicht so viel, weil ich jetzt erst mal reden muss. Das ist das Problem. Ja. Mhm. Die Playlist ist, oder wie hat sich das so ungefähr passend an die Musik, Max? Was denkst du? Ja. Passen. Find ich gut. Übrigens nix. Ich glaub morgen oder übermorgen kommt neues Overwatch wieder online. Neues Highlight-Video. Nicht schlecht. Ich könnte auch ein komplettes Highlight-Video machen, nur aus meinen Zarya-Highlights, Max. Ach, Hals, Maul, Junge. Die letzten Tage so, Max und ich... Einfaches Rank ein bisschen gezockt, mal Overwatch. Wurde konstant Highlight fast jede Runde mit Zarya Highlight. Max hatte einen Dreifach-Kill, ich hatte einen Vierfach. Muss ich auch ein bisschen hier aufs Lesen noch konzentrieren. Das Game League gibt's leider nicht auf Deutsch. Aber ich kann eh gut englisch eigentlich. Das Game League gibt's leider nicht auf Deutsch. Uncover the purpose behind the society's advances in the Sutherland-Province. Und put a stop... Das ist eigentlich noch im Stream drin, Max, oder nicht? Okay. Muss ich meine Akku laden, sorry. Ja, ich sag dann, wenn ich im Fight bin, dann schaust du mal kurz rein, oder? Ja. Ich hab mein Handy aber aufs Bett gelegt. Das heißt... Ja, okay. Ja, okay. Ja. Okay. Ja. 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 government die haupt dingen einnahme für max das ist du jetzt mit max an oder keine ahnung oder ich habe nur mein account ja damit gerade nur lachen in zwei geschichten ist wieder rausgegangen das ist echt so verwirrend die ganze magstin auf einmal wieder max aggro dann sagt wieder jeweils max aggro bist du hallo hallo papa ist da ja 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 warte ich mache gar nicht weiter das ist schon wieder so eine doppelmorale ja erst mal wieder mal eine playlist rein oh mann wie lange wir reden denn oh ich hasse es oft so das game geht halt sehr auf story oh mann jetzt komm schreibt mir wirklich rein ob du das bist und machts aggro oh kann ich jetzt keinen richtigen sich aufgepasst ich war da einfach nur weiter gedrückt und wie soll es nachher durch die gar nicht nur noch wegen dem beginn ausfüttet ja ob ich mir kauft ich muss gerade so ein versteck ausräumen für mich zum nächsten neben spaß jahr so ist trüben weil ja mann ich muss nur hin und wieder mal im haus zu gehen weil er den Nachrichten nachschauen Nein, die Klasse wird auch... warte mal mein Trupp wird grad irgendwie aufgelösen, die Story was soll das? Oh man, ich will nicht, dass ich meine Kuppe auflöse und Kurt Aber ich... Ich bitte eine Frage. Hm? Es sieht aus, dass du eine Hilfe von einem Mitglied von Arsaid Er ist der Vanderschool? Ich bin nicht genug? Das stimmt, du bist nicht. Der Fakt, dass du ein meiner Studenten bist Das stimmt. Es ist egal, wie viel Talent du hast, oder dass du erreicht hast, bei deinem Alter. Ich kann nicht jemanden, der in die Gefahr ist, zu einem gefährlichen Ort. Entschuldigung. Hey, Kurt! Komm mit mir, Alli! Sheesh... Just when I was starting to change my mind about you. Sheesh... Wenn ich so gesagt hatte... Ach man, ich hasse es manches im Game, wird einfach geredet. Das andere wieder ist wirklich einfach nur... Ja... wieder nur Text zum Lesen. Und wieder was geredet, und dann wieder lesen. Ich hasse es. Aber ich glaube, die wichtigen Dinge werden so geredet, die ganze Zeit. Das auch gar nicht. Du musst mal sagen... ... ... ... ... ... ... ... Ich hab gar nicht geschrieben. Geh mal Pennenboys. Der soll online kommen, Digga, was ist schon schlecht. Ja, komm online! Äh, doch, nein! No way we can do it. Och, man, jetzt nichts. Ne, schon, nicht. Ja. Ach, komm, Digga. Was für ein Mongo, Digga. Ja, dann verpiss dich vom Stream, Junge. Hast du grad auch im Stream? Nein, ich meine ja nur, ich red ja... Wer grad geschrieben hat, Netflix... Wahrscheinlich bis jetzt... Hast du grad in Netflix gesagt? Ja, nee. Du hast gesagt, er muss irgendwas schauen. Und da ich weiß, dass er Netflix gerne schaut... Ach so, ja, er hat sogar geschrieben schon Netflix. Der Spacken schaut nur Netflix! 25, 27, Digga! Hauptsache ich hab auch alle Serien auf Netflix schon durch. Ich weiß nicht mehr, was ich schauen soll. Gerade im Moment schau ich noch Koffer fertig. Der guckt gefilmt nie YouTube, Digga. Ja. Eben sagt er es nie. Weißt du was, der guckt? U-Porn, wenn ich mit dir... Fotz der, Digga. Max! Ey! Pssst! Ich glaub, das macht eh nix bei mir, wenn wir es dir niemand ansehen. Oh, waschwerfältiger! Oh ja, ich kann mich wieder bewegen! Puh! Na ja, Kommentar! Max! Ich kann dir vom Bananenhaus was ausrichten! Warte mal, warte! Du bist fett! Wiesensohn! Idiot! Was? Du bist fett, soll ich dir ausrichten! Ey, Digga, ich futz den morgen! Ich fick dich, Banane, morgen, Digga! Morgen bist du tot! Wenn du nur in die Party kommst! What can I get you today? Haha! Oh nein, Fishing Island brauche ich jetzt nicht! Wo ist der andere Shop? Hier? Oh! Du vielleicht? Nein! Ähm! Ja, okay, Banane, macht's gut! Ich war zu dank, dass ich eingeschalten hab... Oh, noch Kommentar! Nein, wir gehen noch nicht schlafen! Ich spiel mir jetzt in ein paar Stunden dieses Game! Weil ich Bock hab! Digga, was hat denn mit schlafen gehen, Digga? Dass du selber mal pennen! Ja, geh pennen, Banane! Babys brauchen ja ihren Schlaf! Ey! Ja, ich weiß, du brauchst deinen Schlaf! Jetzt geh schlafen, Banane! Ich versteh schon! Ja, ich weiß! Wie gut gekontert! Gute Nacht, Baby! Mausi, Banani! Vollidiot, Digga! Ich fick den morgen in einer Party rum! Das schwör ich! Ach, der Shop, ähm... Was bietet Young? Ist das dieses Mal doch nicht der Shop? Ach man, rede doch nicht stundenlang! Ich bin auf dem Shop zu... Ach, jetzt klipp ich wie oft haust! Ach, die hier, auch Essen! Nee, Essen kann ich nicht! Ähm... No, das... Die vom Schwimm-Club? No, no... No, no... Ah, man, diese eine verkauft zu wählen, aber nee, erstmal wenn ich mit der Redestund langer Text... Ach... Ich hasse es! Ihr schwingt jetzt einfach, weil es nicht relevant für die Stories... Dann hört es mir nicht so richtig an... So, nee, du bist ja eine Reporterin... Hier, Shop! So... So, ich verkaufe dieses Spiel... Oh, der verkauft ein Schwert... Noll... Das hätte ich mir mal kaufen... Ein neues Schwert... Für ihn! Was denn es ist? Und hier neue Ding... So, hab ich jetzt alles Equipment... Neue, jetzt ist ja mal richtig... Oh, what? Mal nicht wieder niedrig zu vom Level her... Und da... Wie das ist ein Hauptcharakter auch egal... Ähm... Ne, da muss ich drauf... Das war ein Hauptsatz, nicht? Das war ein Hauptsatz, nicht? Aber endlich mal ein anderer Druck, mit dem ich mal zusammenarbeiten kann... Oh Gott, was ist das gerade für ein Lied? Das kann grad auch gar nicht aufstehen... Oh, nee... Mal schauen... Mal schauen... Oh, nee... Mal schauen... Mal schauen... Mal schauen... Mal schauen... Oh, habe ich jetzt den freigeschalten? Warte mal, habe ich den... Oh, habe ich es freigeschalten. Habe ich aber noch nicht. Ach, kann ich einfach von denen auswüsten oder wie? Ich nehme sie an. Und dann... Ach, das nochmal kurz zurück. So. Hier unten, die mischen. Dann... Oh, habe ich es so... Und Element Mastercrops... Nehmen wir den hier, oder? Ich will gar keinen zweiten haben. Es ist ein sehr guter und wenn ich meinen Doppelkopf bin, dann kann ich den Messer gehen. Ich habe den Messer gegeben. Ich habe den Messer noch nicht in den Messer. Ich habe den Messer noch nicht in den Messer. Das ist unser Schnell. Ich habe die Messer noch nicht in den Messer. Hä, ich hab ja auch gut, äh? Ich will jetzt auch ein Ding geben. Dann würde ich dann hier... ein ihr... und hier an ihr gehen... und hier an ihr gehen... Ja, klar. Oh. Ich hoffe, das war das Richtige. Hä? Ah, jetzt, okay. Und los geht's. Ja. Ja. Ja,ola. Ja,ola. Hör. Ja,ola. Ja. Ja. Oh! ...seems like a lot of stuff's starting to... over... ...I see... ...well, here's hoping you find a juicy clue or two before... ...keep walking, straw man... ...it seems like several threads have become entangled... ...also, the little game being played here in Sutherland has reached its second half... ...but what if I... ...so, is what the story? ...auff頻... ...with my handya... ...auff頻... ...yeah, that's all's gonna runter... ...and now I have got a bit of a new ACKU... ...we've got my handya in a stick... Mann, ich habe so richtig blöd mein Verlängerungskabel hinten an meinen Sessel dran, die Dings, keine Ahnung, an den Gurten, vor dem Polsterkissen, für meinen Gaming-Sessel, jetzt habe ich da, muss ich jetzt mal hier das Kabel rauskabeln, das ich jetzt in mein Handy anstecken kann, ich habe es so perfekt hingepackt, dass die ganze Zeit meine Hände nebenbei laden kann, und das nicht die ganze Zeit runtergezogen wird vom Kabel. Mann, 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 Mann. Ja! Guess the last time was a little good to see you, too. Sounds like you've got your hands full with the teaching gig, eh? Oh, calm. Nah, ain't no. Besides, we got fe- But hey, you ever change your mu- Oh, calm. Where are you guys? I like what was actually doing. I am too passionate. I don't think I got something like this. You think I can sit on with? max städtische place oder partie jetzt kommt noch mal die was die playlist die ist mir ja die musik passt aber ich noch dagegen auszusetzen ich habe besser noch mal mit ihm können wir halt niemals so eine tschelige party haben er würde sich wieder irgendwie beschweren wenn ihm im game hat nicht passt mark seitdem ich den stream gestartet habe habe ich nur gerede und vielleicht mal drei schritte gegangen ich hatte ich bin so verarscht oh es ist echt geil von der story her aber es klingt doch aus wenn es so viel zu reden ist ich glaube es sind noch einiges in den Katzen und so gezeigt werden würde das wäre extrem neus hey there mr ashen chevalier no reen schwarzer didn't expect to run into you again like this und schon wieder so soll ich einfach jetzt so eine du kennst diese hackermasten diese keine ahnung das ist an thomas oder ja du sollst mir einfach so eine aufsetzen meine beleuchtung einschalten das streaming setup und dann einfach so facecam rein ich habe die kamera nicht geschlossen das problem ist die play sie hat nur zwei usb stecker 3 bis gesagt aber den briten brauche ich schon mal eine vr-brille und die kamera kann ich im moment nicht anstecken weil die wieder einen usb-stick brauchen man hätte brauchen usb-stick und meinen controller weil ich hab ja extra den problem mit kabel beschäftigt weil ich finde es echt schillig mit kabel zu zocken nie aufladen lassen nie wieder der controller problem wenn er einfach raus geht du hast du einen ganz normalen controller oder ja ok aber zuerst hatte ich immer die normalen controller dann hatte ich mal die ganz die kleinen so kleinere von libro die komplett geil waren von naken die hatten so komplett durchsichtig mit blauen lichtern durch lange perfekt in der hand waren so kleinere denn bin ich zu skaff umgestiegen irgendwann dann von skaff bin ich jetzt vor einem jahr ungefähr auf die naken revolution controller gestoßen das ist ein 1er dann den 2er und jetzt habe ich den 3er schon hey denkst du du kannst mir einen rüberschicken? weil die würde ich auch haben ja das ist nur wirklich das problem der 1er und der 2er habe ich das kabel nicht mehr ach so beim ersten ist das kabel kaputt geworden beim zweiten huch da habe ich immer den controller geschmissen und das kabel ist noch dran gesteckt okay und das kabel ist komplett rausgefetzt das teil ist drin stecken geblieben das eisenteil aber das andere teil raus ich habe das ist so um 250 euro habe auch die ganze steuerung separat am computer umprogrammiert das finde ich so geil an dem ich kann auch ganz normalen controller zocken und kann mich noch umschalten auf vorgestellte modi muss die knöpfe einständig verlegen wenn ich nur ein knopf drück oder die sensi sich ändert das ist richtig praktisch okay immer noch kräder wie im game külfen keinen külfen du ich Vielen Dank. man muss euch nehmen ford monster oder highway monster weil sie auch muss beides sogar machen ob er nicht der lege bekommst hat man nie wo und das sind so einfach wahrscheinlich Das war's. um mann wie lang redet die den morgens von dem game habe ich den ersten und zweiten halbein durchgezockt und der dritte was ich gedacht hätte endlich kann ich schwingen kommt bitte dann erstmal abspeichert ich habe jetzt zwei stunden spielzeit glaube ich jetzt natürlich mein herz klar wenn ich mein handy an stecke kennst du das problem weil mein herz ist es an controller ja 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 weiß ich die anderen outfit ja die standard wo auch keine mütze so eine shop land mit So, hab ich noch Nein Dass ich denen so eine pinke Brenne aufsetze Tomatenkopf, sieht das geil aus Marc, schau mal kurz im Stream Warte Ja, warte Oh mein Gott, ist denn das gut für ein Outfit Ich hab noch meine andere Charaktere Warte mal, ähm Das Stream Wo ist der? Ich hab da noch so einen riesigen Kopf, Max sogar So einen Kopf, Hundekopf oder so Ähm Und warte mal, ich zieh mal für den Ich lass einfach das Outfit Max, dieses Outfit, was ich für meinen Hauptcharakter hab, das violette passt schon am besten, das violette schwarze Ah, ich hab die leuliche Oh, ne, aber erst mal diesen Katzenkopf absetzen Hehehe Ich hab noch mal eine andere Charaktere Ach, dann ist jetzt hier einfach eine Brille, oder? Ne, einfach gar nicht Ich bin nicht janklich Ich schütze sie grad an Und den Junk wird kurz hören Ach so Hehehe Ja Die Einbruchnummer bei der Queen Die Explosion von ihrer Summer Schuppen Die Klappe Ich mag den Ich glaub nicht, dass sie uns noch mal ranten lassen Naja, es gibt zwei Sachen, die lösen jedes Problem Es gibt zwei Sachen Ich schütze sie Hehehe Oh lord Oh lord Hehehe 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 Warte mal, hier ist es gleich? Ich bin ein Karabess vor die Bude verfrost! Wir enttüllen unsere brillante Tatschung! Und... ...dass der Waffen! Die und der Waffen! Hahahaha! Oh stimmt! Wir brauchen einen Fluchtplan! Oh Leute, darf ich nicht mehr kommen? Ganz unerfällig! Durch die Stadt! Vor die Bude! Durch die Bude! Hier? Stimmt! Das kann nicht! Also... Hahahaha! Er schreiebe, tappt ihn einfach mal. Aber warum muss ich jetzt hin? Ich höre die ganze Nurelle immer rum! Egal, ich teste mal einfach... ...was so mein neuer Druck kann! Oh lol! Ich bin sehr für Bubbeln! Jetzt mal, wo ich den neuen Squad teste! 3 EP! Davon muss noch ein Bomboss spawnen! höh! Nicht einmal, dieses Lopez Loieben ist gut... Automatisch! Oh! Oh, uCAM hat so geile Gameplay trailer rausgemacht, und so... mHm ja! Einsererererer... Also... Jetzt ne zu metri Aquí ist Kleid як�� Ne zu pat Ich binzzo idea... Ich habe die Fähigkeiten. Joa, krank Fähigkeiten. Ich will jetzt schon ein bisschen viel Ultis haben. Ach, wir gehen mal kurz zum Wald. Mal schauen, ob ich hier da was erledigen kann. Glaub mal. Ach, okay. Da kommt wieder auf Support. Was ist das für eine Fähigkeit? Ich finde es schnell wieder in den Jumplett. Ich habe meinen neuen Charakter und sie sind kaum bekrankt von den Fähigkeiten her. Jetzt! Eine Öffnung! Ich werde das machen. Mein turn. Sit! Jetzt, wir gehen weiter. Und mit diesem Riesenkrot war gar kein einziges Problem. Was ist hier überhaupt und lang… weißt du was, weißt du was ich jetzt eigentlich machen sollte? ich bin es leider am bereinschalten ich bin schon gleich, mir grad so viel faul zu ersetzen Jack Noir, weiß ich was es heißt ganz englisch und weiß, kenne ich jetzt auch nicht ja, kutschgebogen hm, wie ich überhaupt kaum geschenkt von Weihnachtsmann ach geil hm was hat eigentlich das geschenk bekommen nochmal? Kekse ach so ich ziehe fest im Jack Noir warte mal, kann ich nicht irgendwie eine Karte öffnen hier hier ah, ich muss warte mal hier bin ich hier raus geh hier alle laufen in der falsche Richtung hm bisschen alt in der jetzt bin mal zockerwurfe gerade drin ja hast du einen Win noch geholt heute im Barsom oder so? nein, das war mit uns ich haben mir einen Win geholt nein, Alter, die Fress jetzt hehehe hehehe Corona-Virus-Sicko-Fall-Fall-Fall-Fall-Fall-Fall-Fall-Fall du meinst, Banane schaut immer noch Netflix keine Baby hehehe kann sein kann aber auch sein dass er eingepennt ist hm ja, ich brauche halt in den Schlaf so kurz gedulden jetzt reinstecken ja ja ich sollte nicht wundern wenn ich manchmal schneller laufe manchmal langsamer gibt es einen High-Speed-Mode hier verwechselt die ganze Welt nicht so schneller und es gibt noch einen normalen Mode High-Speed-Mode eigentlich immer nur zur Fahrtbewegung okay oh leil, ich kann auch rennen so normal warte mal warte mal, wie schnell ist das denn mit High-Speed? oh leil ich dachte das leil, ich hab heute bemerkt, dass ich sprinten kann gerade nur wegen der R1 zu drücken das war nämlich da vorne mit meinem Pferd da musste ich hier 1 drücken für so'n Dash ja das ist das da nicht drin also kann ich hier einfach bestimmen, wenn ich wohin will ok 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 sind wieder diese Killer kratzen ach es gibt aber Ausdauer ok glaube ich die Truhe da hinten habe ich schon gelootet hier ist nichts mehr ok 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 ich habe einen 2xp richtig viel ok 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 so es ist ok pro warte ich hätte euch ja vergessen das pferd mitzunehmen die 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 Das kriegt wieder HP Die Blubberblasen, die ich ganz gut schließe. No, ich lass mich einschlafen. No, ich lass mich einschlafen. Okay. Ist so. Ich sag, ich hab ja nicht immer zu laut wie dein Bruder, oder? Nee, heute nicht. Ich hab gedacht, die letzten Tage, wir zocken die Nacht so durch. Haben so richtig Spaß, fand die ganze Zeit in Modern Warfare in den 64er Modus. Mit Panzern rum und Quartz Minigans. Und dann lachen wir halt richtig laut und so. Und dann, er wieder entert aus. Das Samisches von seinem älteren Bruder. Ja. War scheiße. Aber gut. Hat trotzdem Bock gemacht. Genau. Wie die ganze hinten gestanden, haben auf dem neuen Panzer gewartet. Wir hatten ihn noch reingefahren. Eigentlich, Max, müssen wir daraus auch ein Video machen. Einmal so ein paar Runden zocken. Weil wir einfach die ganzen nur auf dem Panzer geiern und so. Ja. Obwohl ich könnte ein ganzes Video jetzt schon machen, von einer Aufnahme. Von einer Stunde Aufnahme, wo ich gesniped werde. Ja. Du willst also. Ja. Oh, ein Zuschauer hat mal wieder. Bist du gerade drin, oder? Mhm. Lol. Ach komm, jetzt überspreng ich das. Lassen wir es nachher durch. Vielleicht Leon. Ja. Irgendjemanden wiederguckt, glaub ich. Oh, kann ich... Ja, nice. Einfach mal kurz speichern. Ja. 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 Ich bin auf. Los geht's. Ja. Oh lord. Ich werde gar nicht treffen. Arcus, aktivieren. Hm. Ich habe es. Was hat die eigentlich für Fähigkeiten? Lol, die zieht einfach alle zusammen. Und drängt sie wieder auseinander. Ja. Ja. Wir gehen. Wir gehen. Es ist meine. Ha. Ja. Wir gehen. Wir gehen... Wir sprechen. Oh, jetzt kommt er wieder wieder. und jetzt sind wir best magst du einmal zuschauen da gleich jetzt noch nicht aber gleich mal kurz und zeichnen nur wir haben noch jeder nach noch angst ich habe die frau hoch Junge Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh! Blaue Haare. Jetzt habe ich für den einen jetzt freigeschalten. Für den red hat ... ... warte. Sieht ja ein bisschen besser aus, als ich hab mit den roten, ja. Hm. Oh, das sieht aus wie ein stärkerer Gegner. Oh nein. Magst? Kannst du jetzt einmal ganz kurz zu beim stärkeren Gegner? Ja. Ja. Bist du drin? Ja, ich bin drin. Okay. Stimmt Toner, oder? Ja. So. Jetzt fass sie rollt sie, fass schon mal perfekt. Ähm. Ja, ich hab dann gleich nur irgendwie raus. Ähm. Also Max, es geht wirklich darum, die Gegner. Das ist so nach dem Game. Ist eigentlich richtig geil. Hm. Ja, das kenne ich schon. Das lieben alle. Hä? What the fuck? Ich dachte, ich wär ein stärkerer Gegner. Ach komm. Ach, hirngeil. Du brauchst, falls, verkämt man da manchmal so ne halbe Stunde oder so. Okay. Ja. Richtig geil sogar. Okay, du kannst mir direkt schauen. Ich lass nebenbei laufen. Okay. Ich gucke in meinen Bücher rein. Jetzt hab ich den Klang. Ähm. Ich zeig den gleich in Old. Ein paar Gegnern. Und ich fass den Gegner finde. Och, die sind wieder so Gegner, die sich gegenseitig hochhealen. Ach ne. Fuck das ab. Und das fehlt auch noch. Ach komm, jetzt hört euch gegenseitig hochhealen. Hier, gebrochen. Bitte, hör meinen Song. Wow. Das wäre echt nur hier. Das muss ich auch zum ersten Mal einsetzen. Ich muss sagen, dann fällt mir... Ach, also warte mal. Der Gegner hat noch gelebter. Fuck, das hat den gefinished. Das war's. Gut. Das war's. Das war's. Das war's. Ich habe noch einen Boss gefunden. Max, ich glaub ich hab einen Boss gefunden. Was ist das für ein Vieh? Schaust du zu? Nee, das ist ein Insekt mit einem Riesenhintern. Ja, sieh, sieh grad. Es hat meinen Schlag ausgehalten, warte. Warum kann ich grad nicht zuschlagen bei dem Vieh? Hallo? Ich will meine Ulti drauf fahren. Ich kann bei der nicht ulten. Bei dem Vieh. Ich glaub, das ist aber so ein Mega-Boss, weil da wird sogar auf der Karte markiert. Hä? Ja, schießt sie mir. Okay, das war grad verbacken, ein bisschen. Oh, der Controller hat die da oben gespackt, deshalb hat sie nicht geschossen. Okay, war das für ein Boss? Hä? Ich glaube, den kann ich nicht so anhängen. Egal. Okay, Max, bereit für eine Ulti. Oh, lol. Fluch? Na, jetzt geht der Kampf los. Okay, warte. Ich mach direkt, ich bring, wir gehen direkt mit der Ulti. Ich kann drei Ultis einsetzen. Mit meinem Hauptcharakter erstmal. Mein Controller übrig komplett. Loll, der hat ja richtig wenig Schaden durch meinen Ulti bekommen. So, nächster Ulti, würde ich sagen. Und? Oh, gebrochen. Nice. Noch ein Ulti drauf. Einfach, weil ich sie hab gerade. Das hat die denn für eine kranke Ulti. Hast du die letzte Ulti grad gesehen? Ja. Die hat ja gar nicht gehört, gar nicht mehr aufzuschießen. Loll. Ha. Down. Let's move. Loll. Jetzt sollte ich ja mal komplett krank. Das Beste ist, dass sie nicht einmal attackt hat. Ach so, das war sogar das Vieh, was ich bekämpfen musste. Es war einer dieser Bosse, die ich bekämpfen musste, diesen Waldmonster. Okay. Ich habe ja sich gefragt, ob ich irgendeinen Waldmonster bekämpfte oder was anderes. Zwar ein zu Monster, man, hier ist aber nur noch eine andere Stelle. Oder ist hier hinten zu flieg der Loot von dem Monster? Irgendwo muss hier eine Chess gespawnt sein. Das darf nicht gewesen sein. So ein Fall, denn keine. Ja, hier. Oh, Treasure Chess. Black. Okay. Okay, ich mach mich mal die eine an. Hier muss ich nochmal. Nee. Nein, ich ruf dich dann ein noch mal an. Nein. Ich check gerade. Ach hier. Argus. Oh, die muss ich anrufen. Hello there, rain. You found some. Very well. Leave it to me. I'll handle this. My turn. My turn. I'm up. Ha! Ha! I'm up. I'm up. Hm, got it. Wo ich das mal. Lol, der greift mal letztlich an, oder wie? Was ist das der Lowest? Was ist das der Lowest? Was ist das der Lowest? Als ob der... Bis ich dir erstmal heile zu wollen. Ah, wie richtig knapp nicht ausgeht. Was ist das der Lowest? Was ist das der Lowest? Was ist das der Lowest? Weak. Jetzt! Keep it up! Ich bin. 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 Du magst. Beim nächsten Boss rufe ich dich wieder. Okay? Oh. Oh mein. Cut sie. Lol. Warte mal. Hä, sind das größere? Nee. Ich bin. Nein. Es ist der Fall. Ich bin. Ich bin. Es ist der Fall. Ich bin. Die zweite Formale? Ja. Ja. Jetzt! Los geht's! Mein Turn. Jetzt! Was macht der? Oh! Nein! Mein Charakter ist nie! Puh! Jeder ist okay? Oh, was schreckend die ganze Zeit beim Handy? Mann, die ganze Energieverbrauch ist sehr hoch bei Spotify. Ja, ich will nur Musik anhören. Bist du ausgeschaltet? Du musst nur ein Signal übertragen. Mann, was ist das da hinten für ne fette Festung? Die ist echt fett. So richtig fette Tyrells drauf und so? Ja. Schuch... Schuch... Das war's. 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 Wow. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Das war's. 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 Das war's.